Flott und leichtfüßig dem Ziel entgegenradeln. Viele E-Biker kennen das Gefühl bereits und wollen den elektrischen Zusatzantrieb nicht mehr missen. Der Trend zur sanften Mobilität ist ungebrochen und das Angebot an E-Bikes vom Citybike, Crossbike über Trekking und Mountainbike ist groß. Bevor man auf ein E-Bike umsattelt, gilt es viele Details zu beachten, die man am besten mit einem Experten abklärt. Ein Tipp für E-Bikeinsteiger, fahren Sie nie mit Turbo weg, denn das könnte gefährlich sein, wenn ein bisschen Splitt auf der Straße ist und wenn Sie die Batterie leer gefahren haben, bitte gleich aufladen, denn so erhöhen Sie die Lebensdauer Ihrer Batterie. Mit der passenden Bekleidung kann die Fahrt ins Grüne starten. Die Radhose mit Sitzpolster, Radtrikot und Radjacke sind elastisch und atmungsaktiv, trotzen Regen und Wind und sind gut sichtbar. Eine allgemeine Helmpflicht gibt es nicht, aber für jede Radtour gilt, niemals oben ohne. Ein Radhelm schützt. Diesen Servicetipp widmet Ihnen der oberösterreichische Mode- und Sportartikelhandel.